jo leute willkommen bei masker c kleines update zu meiner sticker wall wenn ihr das nicht verpassen wollt bleibt einfach dran bis nach dem intro ja leute und zwar ist meine sticker wall endlich fertig geworden ich habe mir eine kunststoffplatte aus dem baumarkt besorgt habe ich an die wand gemacht um die dahinterliegende raufasertapete besser zu schützen und vor allen dingen kleben da die sticker besser ja ein kollege von mir der hat mir noch eine schöne abschlusskantenleiste hier gemacht noch mal schönen dank dafür auf jeden fall richtig nice ja leute wie ihr seht ist jetzt jede menge platz an der wand für sticker zum beispiel auch für eure sticker könnt ihr mir gerne welche zuschicken am besten über instagram melden rc mask verlinke ich euch auf jeden fall noch mal in der video beschreibung und ja schickt mir einfach welche zu wenn ihr welche habt und dann kommen sie mit bei mir an die wand ja leute bei der gelegenheit möchte ich euch gleich mal einen ersten kanal vorstellen und zwar handelt es sich um orsi birds er hat mir schon ein paar sticker zugesendet vielen dank dafür schaut gerne mal bei ihnen auf dem rc kanal vorbei hat auch letztens ein schönes crawler video gemacht sich auch eine strecke selber gebaut für zu hause eine richtig geile crawler strecke wie gesagt schaut doch gerne mal vorbei machen wir hinten den ersten sticker sozusagen hier drüber jawohl so passt das ja leute wie gesagt rc birds geiler kanal verlinke ich euch auf jeden fall noch mal eine video beschreibung wer interesse hat einfach mal vorbeischauen ja leute ich habe euch mal ein stück näher herangeholt damit man den aufkleber ein bisschen besser sieht aus sie birds wie gesagt schaut gerne bei ihm auf kanal vorbei verlinke ich euch noch mal eine video beschreibung ja leute das soll es erst mal gewesen sein für heute ich hoffe das video hat euch wieder gefallen wenn ja lasst mir dann daumen nach oben da abonniert den kanal bis zum nächsten mal ciao ciao